Hallo, heute geht's zu der letzten Kurians Anwesensstrecke, Spukhalle. Jo, es ist die Spukhalle, hier fährt man durch ein Laboratorium auf ein Dach hinauf und man kann durch giftige Seen fahren, beziehungsweise Teiche oder was das sind, Pools, scheinbar, egal. Ähm, ich hab die Strecke lange nicht mehr gefahren, ich weiß nichts, gerade nicht, ob es da eine Abkürzung gibt, aber werden wir sehen. Es hat auf jeden Fall gut gemacht, die Strecke. Herzlich willkommen in Kurians Anwesens. Fans, hier geht gleich richtig die Post ab. Hier geht's in unser Spukhaus hinein, Schuhe anbehalten und in den Fahrzeugen bleiben. Richtig, und los. Ja, er wünscht sich immer noch ein Stückchen Kuchen. Wer gibt ihm seinen Kuchen? Ähm, ja, auf geht's ins Haus. Und dann fährt man mal hier lang und da muss man schnell genug sein, sonst passt man da nicht rüber und durchs Glas. Und ich möchte als erstes da gleich das Dach hinauf und dann hinunter, weil... Das macht irre Fun, da gleich runterzulösen. Wenn wir jetzt erstmal aufs Dach hinauf. Mit einem langen, spiralförmigen Aufstieg. So, tadaaa. Jetzt geht's hier aufs Dach. Na, runter vom Dach komme ich nicht als erstes, aber ihr werdet jetzt sehen, dass man hier aufs Glas fällt und ist zerstört. Irrsinniges Zerströmung. Naja, gut. Das war's in sich, das Lustige an der Strecke, die erste Runde. Also, die restlichen Runden sind einfach nur noch langweilig. Oh, meine Nase juckt wieder. Ah, ich das doch hasse. Moment. Fertig gekratzt. Ähm. Ja. Und jetzt geht's mal auf in den giftigen Teich, oder was jetzt hier sein soll. Ey, danke, das ist das Erste. Ich glaub's da nicht. Irgendwas vor mir. Ach, shut up. Sag das doch. Und jetzt mal ein geheimes Item. Hier hinter. Tadaaa. Interessiert zwar keinen, aber... Na, vielleicht doch. Wenn man weit hinten ist und ein Osterbo, den man da vielleicht kriegt. Wer hat das Ding da hingelegt? Ah, herr Jemine. Ihr nervt wieder alle da vorne. Ah, das war falsch. Nee, ich hab beide getroffen. Wie geil. Zwei auf einen Streu. Ich will. Die fühlen uns jetzt alle mal richtig cool. Klar, alle, die jetzt dieses Video gucken, fühlen sich cool. Dom, dom, do. So, Ryo. Hä? Sack? Ja. Egal. Er ist ein Sack und ich nicht und... Ja. Das müssen wir uns jetzt einfach mal merken. Ja. Soll er mal machen, ne? Echt, beim Fünfter geht er mal gar nicht klar. Ich brauch ein Item. Da is it, ja. Amy getroffen. Ai, ai getroffen. Und... Wie traf ich noch? Niemand? Schade. Ich hab Schattdorf noch getroffen, vielleicht. Weiß ich nicht. Von irgendeinem Kram wurde er getroffen. So will ich anbauen. Ich liebe es, diese Glasscheiben zu zerstören. Was für ein wildes Rennen. Und ich werd noch erster, ich werd noch erster, ich werd noch erster, ich werd noch erster. Uuuuuh. Mal eben mit Vollgaschen durchrasen. Wirk knapp, aber ich werd erster. Wuuuuh. Nachdenken, Mann. Sonic gewinnt. Was für ein Teufelskerl. Ja, genau. Tolles Rennen. Bis bald, Leute. Yes, bis bald. Ich hab's gemacht. Let's try that again. You need to stay focused.